Heute geht es um das Thema Live-Videos bei Facebook. Facebook Live-Videos sind eine wirklich gute Marketing-Maßnahme, denn Facebook liebt Live-Videos. Wenn du also bei Facebook bist, aktiv bist, lohnt es sich sehr, Facebook Live-Videos zu machen. Live-Videos sind authentisch und spontan. Du kannst sie irgendwo machen, wo du gerade bist. Du kommst von einer Veranstaltung, bist inspiriert, du gehst direkt live oder du hast einen Blitzgedanken, während du spazieren gehst. Du gehst direkt vor Ort live. Dann bist du authentisch und wahrhaftig. Der Nachteil an Live-Videos ist, dass du eventuell dich versprichst oder Fehler machst oder nicht ganz strukturiert bist. Aber genau das zeichnet es auch aus und deswegen sind Facebook Live-Videos ein guter Einstieg in Videos. Anders als bei YouTube, wo du wirklich dich hinsetzen solltest und ein Skript schreiben solltest und genau überlegen solltest, was du sagst, kannst du bei live einfach spontan sein und du sollst sogar spontan sein. Wenn ein Facebook Live-Video zu perfekt ist, dann ist es kein gutes Live-Video mehr, denn du sollst dich ja so zeigen, wie du bist. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die du beachten solltest, wenn du live gehst. Auch beim Live-Gehen ist es wichtig, dass du darauf achtest, wo die Lichtquelle ist. Sprich immer in Richtung der Lichtquelle, sodass du die Lichtquelle siehst. Wenn die Lichtquelle hinter dir ist, bist du im Dunkeln und das ist auch bei live schade, denn man will dich ja erleben. Außerdem achte darauf, dass du einigermaßen gute Tonqualität hast und das müsstest du machen, gerade wenn du in lauter Umgebung bist. Such dir ein stilles, kleines Plätzchen, dann darf man die Hintergrundgeräusche schon hören, aber man soll ja dich wahrnehmen. Mitten aus der Menge ist live schwer, weil die anderen eben dann genauso laut sind wie du und du ja wahrscheinlich nicht gerade zufällig ein Mikrofon dabei hast. Kannst natürlich mitnehmen, hier so ein klitzekleines Mikrofon, so ein Anklick-Mikrofon. Ich habe hier so ein kleines Täschchen. Ich packe mir das im wahrsten Sinne des Wortes ins Täschchen. Wenn ich irgendwo hingehe, wo ich das Gefühl habe, da könnte es passen, ein Live-Video zu machen, dann ist das gar nicht so spontan, wie man denkt. Menschen, denen es wichtig ist, regelmäßig zu wirken, machen auch Live-Videos nicht gerade spontan, sondern die sind sogar geplant. Also, du tippst auf das Live-Symbol bei Facebook und los geht es. Du kannst aber, wenn du ganz großen Müll gequatscht hast, dann stoppen und das Video wieder löschen. Das heißt, dann hätten es nur die gesehen, die jetzt gerade genau zu diesem Zeitpunkt mit dir schon live waren und dich angeguckt haben. Aber ansonsten habe ich auch schon bei Live-Videos zwei, drei Versuche gemacht. Die ersten zwei rausgehauen und das letzte dann drin gelassen und dann kannst du es speichern und dann kann man es sich auch angucken, lange nachdem du live gegangen bist. Das heißt, du hast es dann schon auch nochmal auf deiner Seite stabil. Wichtig ist bei den Live-Videos auch die Interaktion mit den Zuschauern, denn genau darum gehen wir ja live, um in Interaktion zu treten und praktisch wirklich live mit den Zuschauern zusammen zu sein. Deswegen ist es wichtig, dass du auch die Kommentarfunktion nutzt. Bei mir ist das Problem, dass ich lesen kann nur mit Brille. Das sieht dann immer so aus, wenn ich meine Kommentare angucke. Aber auch das ist eben so. Das ist live. Das würde ich jetzt nicht bei YouTube machen. Das ist dann so, hmmm, gucke. Ich finde, bei Live-Videos kann man sich auch solche Schwächen leisten. Hier habe ich noch ein paar coole Zahlen, Daten und Fakten. Nutzer kommentieren Facebook-Live-Videos zehnmal häufiger als andere Videos. Live-Videos werden 300% länger angeschaut als Videos, die nicht live sind. Und 20% der Facebook-Nutzer nutzen regelmäßig die Live-Funktion. Also, meine Lieben, macht euch ran an die Facebook-Live-Videos. Gebt mir bitte vorher Bescheid, damit ich auch mit euch live dabei sein kann. Ich freue mich riesig da drauf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.